Guten Morgen und Willkommen zu Minecraft Story Mode, ein Spiel von Telltale Games. Telltale Games dürftet ihr wahrscheinlich kennen, haben solche Spiele wie The Walking Dead und so weiter gemacht und genau das gleiche ist das hier auch, nur in Minecraft. Und viele haben sich gefragt, kann das funktionieren? Das frage ich mich auch. Und deshalb klicke ich einfach mal auf Play. Ich habe mich auch gar nicht so krass hier darüber informiert, aber die Bewertungen bisher sind sehr, sehr gut und deshalb freue ich mich auch schon ein bisschen darauf. Hat wie immer 5 Episoden, die wir natürlich alle zusammen spielen werden und zum allerersten Mal in einem Telltale Spiel können wir unseren Charakter aussuchen. Er heißt Jesse, aber wir können hier unseren Aussehen quasi bestimmen und ich bin ganz ehrlich, ich bin dafür, wir nehmen ihn hier einfach, weil er am geilsten ist. Der Kerl ist mir direkt sympathisch und wir spielen natürlich die erste Episode, die ist heute rausgekommen. The Order of the Stone. Start Episode 1. Das ganze Spiel ist eigentlich auf Deutsch, glaube ich. Auf Deutschunterricht zumindest, hoffe ich. Scheinbar nicht. This game series adapts to the choices you make. Wie jedes Telltale Spiel. Nothing built can last forever. And every legend, no matter how great, fades with time. With each passing year, more and more details are lost until all that remains are myths, half-truths. To put it simply, lies. And yet, in all the known universe, between here and the Far Lands, the legend of the Order of the Stone endures, unabridged as self-evident fact. Indeed, it is only a troubled land that has need for heroes. And ours was fortunate to have, so long ago, four heroes such as these. Gabriel, the warrior, before whose sword all combatants would tremble. Eligard, the redstone engineer, whose machines would spark an era of invention. Magnus the Rogue, who would channel his destructive creativity for the benefit of all. And Zorin, the architect, builder of worlds, and leader of the Order of the Stone. These four friends together would give so much to gain their rightful place as four heroes. Their greatest quest would take them on a dangerous journey to fight a mysterious creature known as the Ender Dragon. In the end, the Order of the Stone emerged victorious, and the dragon was defeated. Their story completed, they slipped away into the pages of legend. But when one story ends, another one begins. Would you rather fight a hundred chicken-sized zombies, or ten zombie-sized chickens? Just to be clear, you wouldn't have any weapons or armor, so you'd have to fight them with hands. Chicken-sized zombies, would you say? That's easy. I'll take the, uh, the little, tiny, little zombies. A hundred of them, crawling all over you with their tiny hands. All I'd need is, like, a shovel. I'm telling you, way too easy. So, I've got a daylight sensor on the roof. Mm-hmm. And if I did this right, these lamps should turn on once it gets dark. Mm-hmm. I didn't want to just leave Ruben here with nothing while we're at the building competition. He's coming with us. Really? What? What kind of question is that? Of course he is. Okay, I'm not saying he shouldn't come. I'm not. But don't you think it's a little weird, that you take him with you everywhere you go? He kind of makes us look like... I don't know. Who is my best friend? Ruben's my best friend. I thought I was your best friend. Both of you are. I didn't mean anything by it. I'm glad he's coming. I just don't want to give people one more reason to call us losers. I'm getting tired of... Are they the people with Schweine losers, or what? I'm tired of being a laughingstock. We are not losers, Olivia. We lose all the time. It's what we do. Okay. Okay, that might be true. I can't remember the last time we've won anything. But if that's the case, it means we win at being losers. All right. Nice tata. Fine. Did you hear that? Oh, no. It's really good. You guys totally freaked out. Now we're on. Oh. Axel, what's the matter with you? Great. Now I'm gonna smell like a pig in Endercon. I thought we were buddies. Cool mask. Cool mask. It is, isn't it? Yeah. Very convincing. Look on your faces. Did you bring the fireworks? Of course I did. I even brought something for the little guy. Nice. You brought Ruben a disguise? Um, we're going to a convention. Somebody's got to wear a costume. I feel like that looks awesome. It only took me like a million hours to build it. All right. All right. You definitely brought the fireworks, right? Yes, I'm ready. Waiting on you guys. If he was really your best friend, you wouldn't let him go outside dressed like that. The only thing more dangerous than putting a costume on a pig is trying to take it off. Hurry up and grab your stuff. We'll meet you downstairs, okay? Okay. Ah, so. So, ich muss hier ganz kurz das Spiel mal ein bisschen leiser machen, weil das ist schon hart laut. Und? Ich hab das eigentlich angemacht. Musik ist gar nicht das Problem, aber die Stimmen sind dann doch schon sehr laut, mein Meinung nach. So, auch jetzt mit Unterdiseln. Das war gerade so eine Art Prolog dann quasi. Also, es gab früher The Order of the Stone mit vier Helden. Und wir haben, also jetzt sind wir in der jetzigen Welt mit unserem Charakter Jesse hier. Und ich kann mich bewegen. Geiler Scheiß. Und das ist Ruben. Und ich bin ganz ehrlich. Ruben. Oder Ruben. Ich würde den Wolben, ne? Ruben ist ja wohl mal das beste Schwein der Welt. Und wer findet, dass der Drachen nicht cool aussieht? Der hat keine Ahnung. Ja? Der hat einfach keine Ahnung. Ich meine, ich liebe Cosplays. Und das ist definitiv eins der Besten. So. Also. Wir gehen mit dem... Ich weiß noch nicht genau, wo wir mit dem hingehen. Also, wir nehmen Ruben auf jeden Fall mit zu einer Art Building Convention. Also, zu irgendeiner Convention jedenfalls. Und deshalb gucken wir uns jetzt hier erstmal um. Nicht deshalb, aber generell gucken wir uns hier erstmal um. Und ich würde sagen, wir fangen ganz links an. Gibt es hier sonst noch was? Ne. Gucken wir uns mal die Chest hier an. Die Tuber. Für den Steal kann man immer gebrauchen. Und der Banner. Das ist Gabriel, einer von denen. Von The Order of the Stone. Das ist nicht unmöglich. Vielleicht werde ich mich für meine süßen Poster-Kollektion getrennt. Auf jeden Fall. Also, er möchte scheinbar wirklich berühmt werden. Generell ist er, glaube ich, ein bisschen selbstbewusst, unser lieber Held. Ich weiß noch nicht, wenn ich ein bisschen sieheere. Ja gut. Wir nehmen die halt auch mit. Wir nehmen einfach alles mit. Wir nehmen einfach alles mit. Also, wir wollen scheinbar irgendwas, also die Ender-Con. Ich schätze ich mal, was das für eine Convention ist. Aber scheinbar Sachen über das End. Und da wollen wir unbedingt gewinnen. Also, es ist echt, glaube ich, ein bisschen desperate, um es zu gewinnen. So, nochmal mit Ruben reden. Das wird tun, Ruben. Das wird tun. Das wird tun. Das ist alles. Ausbaufähig, aber besser als nix. So, dann gehen wir mal den hinterher. Dem wir unsere Items eingepackt haben. Wenn das jedes Mal so kompliziert ist, den da hoch und runter zu schleppen, hätte ich mir vielleicht nicht unbedingt ein Haus auf dem Baum gebaut. Ja, Mann. Roll. Let's go. I heard a pretty juicy rumor about the building competition. But you guys have to promise not to say anything. Okay. Also, it's in two parts. Each part more exciting than the last. Spit it out, Axel. Part one, the special guest at this year's Ender-Con is none other than Gabriel the Warrior him freaking self. Whoa, what's part two? Part two, according to my sources, the winner of the building competition is gonna get to meet him. It doesn't mean anything if we lose. But if we win, oh man, this would make up for all the losing. Meeting Gabriel would be a dream and an honor. Totally. He's awesome. It'd be amazing to meet him. Ruben better be careful in that costume. The last time Gabriel saw a dragon, it didn't end well. Haha, end. So, does this source of yours make posters for a living? Huh? Yeah, my source doesn't exist. You guys are my only friends. Guys, let's stay focused. We have a competition to win. We never win. And this year we've got Ruben with us. Hallo? We basically have no chance. Das liegt ja wohl nicht an Ruben. Have a little faith, man. Olivia. What? A little slice. A sliver. A portion. Just a little faith. That's all we need. Also, I'm hungry. To win. No, no. I'm with that. All right. Wait a minute. Wait a minute. We're thinking about this all wrong. The point of the building competition isn't just to build something. We have to do something to get noticed by the judges. Okay then. So how do we do this? We don't just build something functional. We build something fun. After we finish the fireworks machine like we planned, then we build something cool on top of it. We might be onto something. If we want to get a reaction out of the judges, you build something scary. So I say we build a creeper. Wouldn't an Enderman be better? I'm more scared of Endermen than Creepers. They both have their moments. Both pretty scary. Then again, you scared the crap out of us with a Creeper today. Na, komm, ich schlag mich mal auf ihre Seite. Weil ich einfach Enderman selber... Aber ich mag eigentlich Exo mehr. Mein Gott, ich kann jetzt schon nicht mehr erzählen. Ja. Ich denke, this is the first time we've decided on something before getting to the competition. Think we've got everything we need? Warum haben sie wohl immer verloren? Ich wundere mich, warum. So. So. Oh Gott. Wie geil, das einfach passt zu der Musik. Rocky, Junge. Rocky! Ah, ich mag das Spiel jetzt schon. Guck mal, Wuben ist doch voll nützlich. Guck mal, ich... So. Und unser... Wow, also... Respekt. Ich hätte das noch nicht mal ohne Schreie nach unten gekonnt. Aber warum macht der die Blumen kaputt? Das finde ich nicht so cool. Egal, was getan werden muss, muss getan werden. Oh, Sit-Ups! Jo. Wofür benutzt du unser Feuerdingen? Ich werde es nicht umsonst mitgenommen haben. Ich will irgendwas anfackeln. Boah. Boah. Awesome. Du weißt, was wir bauen? Wir haben alle diese Sachen für es. Wir sind so bereit. Dieses Jahr wird es anders sein. Ich bin nicht nur bereit, zu bauen. Ich bin bereit, zu gewinnen. Guck mal. Loser. Hey! Holy, das ist ganz schön. Es ist ein Lucas und die Ocelots. Die Rivaldung hat es. Man. Es haben die Störze in die Leiter und alles. So cool. Well, well, well. Wenn es nicht die Ordnung der Verlust hin. Great. Die Verlusten hier. Lucas. Wir haben diese Verlust hin. Lasst uns, Leute. Name, bitte? Will ich ihn aussuchen? Order of the Pig Geht geben Find er den Namen cool Naja, ich würde das Lachen schon noch vergehen, Idioten Idioten So Erstmal in die Tour gucken, was da denn so versteckt ist Nope Nope was So, erstmal zu der Crowd gehen Ist das hier so von der Crowd abgestimmt? Weil dann Dann ist das keine sehr große Stadt Wovor Achso, man könnte es so I don't like the look of this Die sind scheinbar auch nicht schlecht vorbereitet Kann man hier sonst noch gucken? Buch 3 oder so Group of people Oh Das heißt entweder wir Blamieren uns volle Fresse oder Wir werden die geilsten Leute der Welt sein Wir haben eine riesige Beacon Eine riesige Beacon? Eine riesige Beacon? Das ist Stained Glass Sie sind nicht nur ein Beacon Sie sind eine riesige Beacon Sie sind eine riesige Beacon Wir werden verlieren Das ist eine riesige Beacon Of the pig Hehehe Good one, Gil Wir schauen uns Es gibt viel Zeit Für dich alle Ja du dir nachsicht Nachdem er gewinnen Und er wird Endercon Du bist nicht Vielleicht nicht alle Endercon Endercon nicht in der Untertitel Ich spreche über Your Pig Hallo, shut up, tu ich... Was ein Arsch. Jesse hat gesagt, shut up. Du musst es wieder hören? Ich weiß nicht. Vielleicht. Stopp, was du Zeit hast, Aiden. Wir haben Arbeit zu tun. Du bist Glück, ich bin beschäftigt. Hey, Jesse. Leute. Hey, Petra. Wie gehts der Bill? Es ist nur Zeit, aber wir sind optimistisch. Hey, Petra. Ich habe vergessen, dass du dich für den Niederstar gegründet hast. Hey, Lukas. Nicht ein Problem. Du hilfst diesen Tools? Für den richtigen Preis? Ich helf jemanden. Wenn du etwas brauchst, dann wirst du mich finden. Niemand von uns wissen, wo du dich finden kannst. Genau. Keine hohe Gefühle, Leute. Wenn du mit Petra cool bist, dann bist du mit uns cool. Also warum nicht wir uns vergessen, und, du weißt, machen das über, wie cool unsere Builds sind. Ah, komm. Der Lukas scheint mir gar nicht mal so böse zu sehen. Wir haben den Schwein. Wir machen nur einen. Wir nennen es den... ... 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 Not perfect. And, just like that, I'm nervous again. Don't talk like that. We can do this. Just stick to the plan and everything will be fine. This year, the Order of the Pig can't lose. Let's do it. Building starts now. For you start this in the next episode. I'm excited to see what the others took here. There were a couple of people who probably have a little influence on the game. I mean, the name of our group is not so important. I find our name cool. I'm excited to see what the Lieberico did on our partner channel. You can see that you can see that you can see. And I'm excited to see how this Building Competition will be. That's all you'll see in the next episode. Schaltet auch dann wieder ein. Ciao, ciao.